So, wir testen jetzt Explode. Wir testen jetzt den Explode Böller D gegen den aktuellen Keller Böller D und gucken mal, welcher besser ist. Dann legen wir mal los. Erst den Explode. Jetzt den Keller Böller. Gucken, was der so taugt. Oh, also ich kann da fast keinen Unterschied feststellen. Gucken wir mal rein. Okay, ziemlich... Yo, das war's.